Ach du scheiße, der schon wieder. Moin. Moinsen. Ich hab dein Futter dabei. Sehr gut, dann lad mal ab. Wie soll ich das denn bitte machen? Lass dein Finger wachsen, du Affe. Und wie soll das denn anstellen, du Arschloch? Ich geb dir gar nicht mal Arschloch. Ohne Hände keine Kekse. Apropos Arsch, ich muss das mal kacken. Dann mach aber erstmal die Arbeit fertig. Das dauert zu lange, das halte ich nicht aus. Dann helfe ich dir eben. Okay, ich geh kacken, du willst ab. Ablernen, nichts da. Das ist zu anstrengend. Ich helfe dir höchstens beim Arsch abwischen.